Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressestatement mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionsvorsitzenden. Themen sind der gestern Abend so wahnsinnig erfolgreich zu Ende gegangene Koalitionsgipfel, die heute vorgestellte Studie zur Kinderarmut und nochmal eine kleine Nachlese zur Kommunalwahl in Niedersachsen. Bitte schön. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es gab ja doch einige Erwartungen in den gestrigen Koalitionsgipfel. Ich glaube, gerade die letzte Haushaltswoche hat gezeigt, dass sehr viel Arbeit eigentlich vor der Großen Koalition liegt. Was man dann allerdings feststellen kann nach diesem Gipfel ist, dass diese Große Koalition wirklich völlig am Ende ist. Es ist offensichtlich, dass jede der drei Parteien ausschließlich auf eigene Rechnung arbeitet. Das wurde als Gipfeltreffen angekündigt. Und wenn man sich anschaut, es kreiste der Berg und ergebar ein Mäuschen. Stimmt hier nicht, weil es nicht mal ein Mäuschen war. Das, was vereinbart worden ist, war ein Fahrplan. Und da muss ich wirklich sagen, gerade wenn ich mir die konkreten Punkte anschaue, die dann dort in dem Fahrplan als Aufgaben formuliert sind, die standen schon vorher fest. Und ich finde, gerade bei den Punkten kann man bei jedem sehr anschaulich machen, wie der Zustand der Koalition ist. Ich will zwei herausgreifen. Das eine ist das Thema Erbschaftssteuerreform. Was dort abgelaufen ist, ist wirklich unfassbar. Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 den Koalitionären ins Stammbuch geschrieben, dass sie eine Regelung bis zum 30.06. des Jahres 2016 erzielen müssen. Also wirklich genügend Zeit. Und dann gab es über anderthalb Jahre ein unwürdiges Gezerre hin und her. Keiner der Vorschläge hatte im Übrigen wirklich das Format Erbschaftssteuerreform genannt zu werden. Und dann ist zum 30.06. keine Regelung da gewesen. Ich finde das wirklich nicht akzeptabel. Jeder, der sein Auto zehn Minuten länger parkt, bekommt ein Knöllchen. Und hier wird ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ignoriert. Jetzt gab es den Vermittlungsausschuss, in dem die Linke ja auch vertreten ist. Und jetzt ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden. Donnerwetter kann ich nur sagen. Also was hier abgelaufen ist, das ist Missachtung des Rechtsstaates, insbesondere des höchsten deutschsten Gerichtes. Das ist im Übrigen nicht die Annahme der eigentlichen Aufgabenstellung, die bei der Erbschaftssteuer steht. Denn in den nächsten Jahren werden 3,1 Billionen vererbt. Und das, was dort an Reformen vorgelegt wird, heißt maximal Reformchen. Da sollte man sich wirklich an anderen Ländern orientieren, wahrhaftig nicht unbedingt sozialistisch orientiert, wie Großbritannien, Frankreich oder auch die Vereinigten Staaten. Dort gibt es eine Erbschaftssteuerreform, die angemessen ist und die für Deutschland deutlich höherer Einnahmen bringen würde. Ich will einen zweiten Punkt herausnehmen, das ist das Thema Rentenangleichung. Eine Arbeitsgruppe, ich finde das wirklich auf gut Deutsch eine Verarschung der Menschen im Osten. 25 Jahre nach der Deutschen Einheit gibt es weiterhin unterschiedliche Rentenwerte. Frau Merkel hatte 2005 das erste Mal angekündigt, in dieser Legislatur werden wir dieses Problem klären. Bis heute ist das nicht vollzogen. Bis heute. Und ich finde, das ist inakzeptabel, dass es jetzt wieder ein Gezerre gibt. Herr Schäuble hat nichts in den Haushalt eingestellt. Allerdings hat insbesondere die SPD das für den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern genutzt. Und Frau Nahles hat angekündigt, wann und wie es geklärt werden soll. Bisher völlige Fehlanzeige. Ich kann die Bundesregierung hier nur auffordern, endlich, endlich wirklich etwas zu tun. Ich kann auch die SPD nur auffordern, dann entsprechende Vorschläge im Deutschen Bundestag zu machen. Wie wir wissen, gibt es eine Mehrheit jenseits der Union. Insgesamt, und ich könnte das für alle anderen Punkte genauso ausführen, das eine ist ganz klar, diese Regierung hat Verantwortung für das Land, diese Regierung hat Verantwortung für Europa. Sie nimmt diese Verantwortung nicht mehr wahr. Sie sollten schnellstmöglich die Scheidung einreichen und diese Koalition beenden, denn sie schadet. Diese Koalition schadet unserem Land. In besonderer Weise wird hier immer wieder die CSU verhaltensauffällig. Wenn ich mir angucke, was da am Wochenende so alles wieder an Thesen auf den Markt geworden ist, auch dieses Positionspapier. Die CSU sollte endlich lernen, über den Bayerischen Wald hinauszuschauen. Ich kann Frau Merkel nur eines klar sagen. Der Zustand, der jetzt läuft, ist für eine Regierung so nicht haltbar. Dann bitte werfen Sie die CSU aus der Regierung. Es gibt weiterhin eine Mehrheit mit der SPD. Dann treten Sie doch in Bayern an und lassen Sie die CSU landesweit antreten. Der jetzige Zustand schadet den Menschen in unserem Land. Der jetzige Zustand gefährdet auch den Zusammenhalt in unserem Land. Und ich kann Frau Merkel auch nur auffordern, endlich das Geeire, was ihre Kandidatur betrifft, zu beenden. Denn auch das schürt Unsicherheit. Insgesamt war dieser Gipfel eine Nullnummer. Er war nicht mal das Mäuschen, welches ansonsten der Berg nach den Kreisen gebiert. Das zweite Thema ist das Thema Kinderarmut. Eine weitere Studie, hier Bertelsmann, ist vorgelegt worden. Und auch da will ich formulieren, die Ergebnisse sind ein Armutszeugnis für das reiche Deutschland. Wenn dort festgehalten wird, dass 1,9 Millionen Kinder im letzten Jahr in Armut lebten, bei diesem reichen Deutschland, wo es Milliardäre und über eine Million Vermögensmillionäre gibt, dann ist das völlig inakzeptabel. Jedes Kind in unserem Land ist gleich viel wert. Und jedes Kind muss die Chancen zur Entwicklung haben. Wenn man genauer in die Studie hineinschaut, die Kinderarmut trifft vor allen Dingen Kinder von Alleinerziehenden, 90 Prozent im Übrigen Frauen. Es trifft Familien mit Migrationshintergrund. Und es hat über die Kinderarmut hinaus teilweise verheerende Folgen. Man kann das sehen, wenn man sich das Thema Gesundheit anschaut. Kinder aus diesen Familien sind gesundheitsgefährdeter. Man kann sich das Thema Teilhabe anschauen. Kinder aus derartigen Familien haben deutlich größere Schwierigkeiten in Sportvereinen. Es beginnt bei Kleidung und vielen anderen mehr. Ich kann die Bundesregierung nur auffordern, hier schnellstmöglich einen natürlich mehrjährigen Aktionsplan vorzulegen, der das Thema Kinderarmut wirklich ganz oben auf die Agenda setzt. Und nicht nur so ein bürokratisches Monster, wie es Frau Schwesig geschaffen hat, mit dem Teilhabegesetz vorlegen, sondern ernsthaft diese Aufgabe angehen, damit dieser Skandal in Deutschland nicht noch weiter verschärft wird und noch mehr Kinder in Armut leben. Ich will als Drittes ein paar wenige Bemerkungen zu den Kommunalwahlen am Sonntag in Niedersachsen machen. Sie wissen, wir hatten am Wochenende davor in Mecklenburg-Vorpommern wirklich gar keinen Grund zum Jubeln. Die Kommunalwahlen in Niedersachsen bezeichne ich als Erfolg für die Linke. Wir haben teilweise herausragende Ergebnisse erzielt. Ich will nur Stadt Oldenburg nennen, wo wir 9,9 Prozent erzielt haben. Stadt Lüneburg nennen, wo wir 9,5 Prozent. In der Landeshauptstadt Hannover 7 Prozent. Das alles sind wirklich Top-Ergebnisse. Natürlich gibt es das sensationelle Ergebnis in Quakenbrück. Das finde ich besonders klasse. 22,7 Prozent, also fast 23. Das im Westen, da kann sich ja manch eine ostdeutsche Kommune wirklich eine Scheibe abschneiden. Ich finde das wirklich klasse. Ich will aber in besonderer Weise hervorheben, dass wir auch in Landkreisen Ergebnisse über 5 Prozent erzielen können. Als Beispiel Osterholz mit 5,5 und auch der Landkreis Lüneburg mit 6 Prozent. Wenn das zeigt, wo die Linke Personen und Politik anzubieten hat, haben wir im Westen auf der kommunalen Ebene gute Chancen. Die Linke hat gezeigt, wir können kommunal. Deswegen haben wir insgesamt auch landesweit zugelegt. Natürlich gibt es weiterhin auch schwarze Flecken. Aber insgesamt ist das ein Stück weit Rückenwind, auch für die Wahlen, die am Sonntag stattfinden. Wir haben in meinem Heimatland die Stichwahl um die Oberbürgermeisterin von Schwerin. Angelika Gramko geht mit guten Aussichten in diese Stichwahl. Und es wäre sehr wichtig, wenn wir die Landeshauptstadt in einem Bundesland als Linke verteidigen können. Und natürlich die bundesweit sehr relevante Wahl von Berlin. Ich bin da sicher, dass wir zulegen. Und wir alle werden in den letzten Tagen in Berlin engagiert kämpfen, dass unser Ergebnis deutlich besser wird als beim letzten Mal. Herzlichen Dank. Dankeschön, Dietmar Bartsch. Gibt es Nachfragen? Bitte. Die AfD hat ja nicht wieder an ihre sensationellen Erfolge anknüpfen können. Frau Petry hat dafür übers Wochenende gesagt, man müsse jetzt endlich den Begriff völkisch wieder positiv besetzen. Haben Sie da einen Kommentar dazu? Was halten Sie davon? Also ich weiß nicht, ob Frau Petry sich immer genau überlegt, was sie sagt. Der Begriff völkisch muss nicht neu belegt werden. Man kann, wenn man den völkischen Beobachter sich mal anschaut, wenn man da nur einmal in den Duden schaut, dann weiß man, dass der aus deutscher Geschichte anders belegt ist, dass da ein Uminterpretieren kaum möglich ist. Das ist ganz klar das Zeichen. Wir wollen Rechtsextremisten bei uns haben. Ich finde das inakzeptabel. Der Begriff völkisch ist im Übrigen von den Nationalsozialisten in besonderer Weise geprägt und vertieft worden, weil sie das national als zu lateinisch angesehen haben und ein deutsches Wort wollten. Deswegen offensichtlich ist Frau Petry jegliche Orientierung abhandengekommen. Zum Wahlergebnis der AfD. Wissen Sie, ich finde, die Fixierung auf die AfD sollten wir nicht übertreiben. Die Ergebnisse ernst nehmen. Die AfD ist weiterhin ein Problem. Sie hat teilweise herausragende Ergebnisse erzielt. Aber ich nehme da gerne auch Oldenburg. Da sind die halb so stark wie wir. Es ist schon möglich, sie zu stellen. Das werden wir überall tun. Ich will auch schon noch mal bemerken im Nachgang zu Mecklenburg-Vorpommern, ja, 20 Prozent sind viel zu viel, gar keine Frage. Aber Monate zuvor lag die AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei internen Umfragen deutlich höher. Das ist also zumindest nicht ausgebaut worden. Aber die Auseinandersetzung muss weiter vollzogen werden. Ich plädiere allerdings dafür, und das ist das Entscheidende. Wenn die Große Koalition weiter so agiert, spült sie am Ende Wasser auf die Mühlen der AfD. Wenn die ihre Aufgaben wahrnehmen würden und wenn sie sich auch der Auseinandersetzung mit der Opposition stellen würden, hätten wir manches Problem nicht. Diese Art von Chaos befördert leider eine Partei, die offensichtlich alle im Deutschen Bundestag nicht wollen. Es wird auf dem Koalitionsgipfeltreffen ja offenbar nicht über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Betreibt die Große Koalition Arbeitsverweigerung? Die Große Koalition betreibt Arbeitsverweigerung, wenn ich mir alle Ergebnisse anschaue. Man kann nicht einen Katalog verabschieden, was man tun will, ein Jahr vor der Bundestagswahl. Und dieses Thema auszuklammern, ist auch ein Armutszeugnis. Wann wird endlich etwas getan, und zwar relevant, was deutsche Außenpolitik auch tun muss, für die Bekämpfung von Fluchtursachen? Das ist leider zu einer Farce geworden, wenn wir weiterhin zum Beispiel an Saudi-Arabien, an die Golfstaaten Waffen exportieren, die einen furchtbaren Krieg in Jemen führen und der neue Flüchtlingsströme bringen wird. Das ist der eigentliche Punkt. Wenn wir da nicht rangehen, wenn wir nicht über die Ursachen in Schwarzafrika nicht nur nachdenken, sondern etwas tun, werden wir der Verantwortung nicht gerecht. Denn es muss doch ganz klar sein, das Ziel muss sein, dass jeder Mensch auf der Welt, dort wo er geboren wird, sich entfalten kann. Deswegen gibt es schon einen Zusammenhang zu Kinderarmut. Und Kinderarmut darf es eigentlich auf dieser reichen Welt nirgendwo geben, dass heute Kinder auf der Welt verhungern. Das ist nicht nur inakzeptabel, das darf nicht sein. Und jeder, im Übrigen jeder, der auch nur aus dem Bereich unserer christlichen Werte kommt, der kann das nicht akzeptieren, sondern es muss für uns ein Auftrag sein, zu handeln. Herr Zwahn, habe ich das jetzt der Wochenendpresse richtig entnommen, dass Dieter Dehm, ihr Fraktionskollegin Flüchtling, geschmuggelt hat von Italien über die Schweiz nach Deutschland? Und was halten Sie von sowas? Ich habe das auch aus der Wochenendpresse erfahren. Ich muss mir das anschauen, muss auch mit Dieter Dehm dazu reden. Ich kann Ihnen da jetzt im Moment noch keine Auskunft geben, weil ich nicht genau weiß, wie das real stattgefunden hat. Man weiß ja manchmal, liest man auch etwas, was sich dann bei genauerem Hinschauen als nicht ganz so präziser weiß. Ich kann das nicht sagen, ich werde aber mit ihm reden und gerne auch beim nächsten Mal der Rede und Antwort stehen. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich mir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dann, tschüss. Dankeschön.